So Leute und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Call McRae Dirt. Ich habe euch letztes Mal hier zurückgelassen, mitten im Event. Wir haben das erste Event schon auf der aktuellen Position 3 vollstritten und gehen jetzt hier gleich ins zweite Rennen und kämpfen uns wacker vor an die Spitze. Der Alter ist das unbequem an der absoluten hammermäßigen Dirtfront. Das gehört natürlich dazu, der da draußen fand das auch. Der hat gerade noch mal richtig Stoff gegeben vor der Tür. Das muss auch mal sein. Um 19.30 Uhr, da war das auch. Um 20 Uhr gibt es dann eine kalte Bierdusche. Wohlgemerkt, wenn ich hinterher komme. Ach ja Leute, heute war ein Tag, du. Direkt nach der Arbeit erstmal schön in Fitness und ausgepowert. Dann noch eine Runde mit den Jungs an der Gitarre geklampft und am Schlagzeug. Und jetzt hier einfach nochmal richtig schön in Dreck. Geiler, geiler Tag. Echt voll durchgepowert. So muss das sein. Gar nicht erst zur Ruhe kommen. Genau so geht es weiter. Jetzt hier. Das ein Bier am Hals. Und der erste Schluck, der fühlt sich gleich natürlich wie Nitro an. Das ist gleich Benzin in meine Speiseröhre. Und das setze ich hier gleich wieder in meine Finger um. Das ist so. Der Muskel ist mein... Okay. Alles klar. Wartet doch mal ganz kurz. Ich habe gerade Blödsinn erzählt. So, jetzt kann es weitergehen. So. Wie war das nochmal? Genau. Ich habe den... Ich habe das Bier im Hirn und das Blei im Finger. Ne, warte mal. Das klingt irgendwie alles ziemlich träge. So wollte ich das nicht ausdrücken. Ich wollte ausdrücken, dass ich übermenschlich gut bin. Aber irgendwie passt mein Gesagtes nicht zu meinen Taten. So. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie da vorne so ein bisschen in den Rückspiegel schauen. Hat das Ding überhaupt einen Rückspiegel? Das ist die nächste Frage, ne? Hat das einen Rückspiegel? Ne. Hat keinen Rückspiegel. Aber bei der Karre, da nehme ich definitiv die Außensicht, denn die Innensicht hier das... Ne. Wenn sich da wieder einer liebevoll in meine Reifen reinhakt, dann will ich das auch sehen. So. Oh, ich habe heute übrigens ein Angebot gesehen. Ne? Hier bei Marketplace, bei Facebook. Da verkauft einer ein PS2-PS3-Lenkrad für 20 Euro. Ich habe aber das Gefühl, das ist nix. Ich habe einfach das Gefühl, das ist nix. Vor allem PS2, PS3. Ich weiß nicht. Das ist bestimmt mit irgendeinem Kackadapter. Dann geht das nicht richtig. Weil eigentlich heißt es ja immer, was für PS3 geht, geht auch für PS4. Deswegen die Kombi aus PS2 und PS3. Das klingt nicht so gut. Die Anschlüsse sind ja ganz anders, ne? Bei der alten Konsole. Bei der PS3 ist ja alles USB, genau wie auf der neueren. Ich glaube auch wie auf der PS5 dann. Deswegen, nee. Das ist nicht so das Richtige für mich. Aber ich bin drauf und dran. Wenn ich da mal ein günstiges kriege, ich glaube selbst ersteigert günstig, muss ich da so mit circa 100 Euro rechnen. Wenn es überhaupt reicht. So ein geiles Logitech-Ding oder so. Also ich bin großer Logitech-Fan. Auch damals. Damals war immer die große Diskussion. Ey, was hast du denn für eine Maus bei den LAN-Partys, ne? Counter-Strike gezockt, Unreal Tournament und Quake. Weil da war immer Razer oder Logitech. Und ganz ehrlich, Razer war mir immer zu klein. Ich habe so relativ große Pranken. Und ich brauche mal eine relativ große Maus, die ich auch schön in der Hand halten kann. Und da war immer Logitech für mich irgendwie angenehmer. Und diese Maus, diese besagte Maus von damals, die habe ich heute noch, ne? Die habe ich heute noch. Die habe ich gepflegt, geschrubbt. Ich meine, die hat schon Alterserscheinungen im Sinne von Abnutzung. So ein paar Kratzer, so dass du das Logo auch nicht mehr sehen kannst. Aber das Ding, das läuft. Überlegt mal, das Ding ist 16 Jahre alt. Ne, stimmt nicht. Das ist Blödsinn. 14 Jahre alt. 14 Jahre und das Ding, das funktioniert einfach ohne Kompromisse. Das ist so gut, das Teil. Und dazu habe ich allerdings, äh, jetzt kommt's, eine Razer-Matte hier. Ein Mauspad. Deswegen ist das manchmal ein bisschen laut. Weil die aus Metall ist. Oben mit so einem Hartplastikbezug. Die kann man umdrehen, die Matte, ne? Das ist richtig geil gemacht. Denn wenn ich die umdrehe, dann ist das, die Haftreibung ein bisschen niedriger. Ja, das eine ist so für Sniper und das andere ist, ähm, für den Frontbetrieb. Ich bin natürlich eher der Frontkämpfer. Das Problem ist, die ist relativ laut. Deswegen habe ich mir hier noch so eine extra kleine Matte hingelegt, die ich dann immer dazwischen tue. Weil ich mir bei Thomann mal bestelle, die ihm so Musik zugehört. Äh, auch wenn ich immer laut singe. Ja, ich kann singen. Also können ist ja immer subjektive Meinung. Ähm, dann hängt das Ding am Mikro. Aber ansonsten hänge ich das hier immer mal zwischen Maus und Mikro. Oder wenn die Playstation 4 an ist. Ja, die Playstation 4 ist ja schon für sich genommen ein geiles Gerät. Aber die hebt ja wirklich manchmal ab, ne? Ich meine, die steht hier ca. 15 cm von meinem Mikro entfernt. Und das Mikro bedankt sich immer, wenn die mal wieder richtig pustet. Dann hört man im Hintergrund immer so ein leichtes Surren. Ja, und dieses, dieser, äh, Schallentferner. Oder Hallentferner? Weiß ich nicht. Ja, das unterbindet das. Das ist eigentlich ganz geil, das Ding. War relativ teuer, muss ich sagen. 30 Euro. Ist einfach nur Schaumstoff auf der einen Seite und auf der anderen Seite schön Metall dran. Damit es halt auch ein bisschen hochwertig aussieht. Und keinen Hall nach außen betreibt. Beziehungsweise schön abschirmt in eine Richtung. Aber ich muss sagen, das Geld war es wert. Ich höre meine PS4 nicht mehr. Und auch das, ja, die Maus hört man ab und zu nochmal. Aber, das geht. So, guck mal. Ich bin einmal nicht mehr am Pad. Was passiert? Genau, er hält sich gegen den Kopf. So ist es. Da halte ich mir auch einfach, ne? Furchtbar. So, schönes Rennen. Ich glaube, damit haben wir auch diese Meisterschaft abgeschlossen. Auf dem ersten Platz. So gehört sich das. Und dann wollen wir mal gucken, wo es uns hier als nächstes hin verschlägt. Denn Colin McRae Rally geht mit großen Schritten den finalen Rennen gegenüber. Zwei neue Events gleich. Ich kann noch nur eins fahren. Und 350.000. Das ist natürlich jetzt hier. Oh, jawoll. Die komplette Staffel 7 ist jetzt freigeschaltet. Vielleicht machen wir das Ding heute. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich nehme nachher zwei Parts auf und mache das heute fertig hier. Aber ansonsten geht es jetzt erstmal zum Crossover-Rennen nach Spanien. Darüber freuen wir uns. Wir spielen es auf Pro-M. Und die haben es jetzt einfach raus, ne? Kriegt man auch nur 300 Ocken. Relativ sparsam. Und mit unserem Citroen. Oder mit dem. Ich muss sagen, es waren irgendwie alle geil, ne? Das ist unser Evo am Anfang. Es waren alle Autos geil. Wir sind so alle mehr oder weniger sehr oft gefahren. Wir nehmen das jetzt hier. Wir nehmen den Citroen. Denn den mag ich vom Fahrverhalten eigentlich doch relativ gut. Achso, das war das hier, wo man gegen den anderen antritt. Das heißt, hier würden wir eventuell das ein oder andere Mal nochmal starten müssen. Denn das ist echt schwer. Schwer. So. Aber warm machen. Ah. Locker machen. Warm bin ich ja schon. Gerade vom Sport gekommen. Wie kann ich jetzt nicht warm sein? Okay. Let's get ready. Okay. 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 Uh. Ich werde jetzt eh verkacken. Wissen wir alle. Werde jetzt verkacken. Aber wir müssen wenigstens aus dieser verkackten Runde was mitnehmen. Und zwar, wie die Strecke funktioniert. So. Mit dem brauche ich, glaube ich, nicht so viel bremsen. Er hat natürlich die Innenkurve. Er hat jetzt eigentlich den Vorteil. Ja. Aber jetzt habe ich die Innenkurve. Yo. Das habe ich kommen sehen, als ich gesprungen bin. Ich habe gemerkt, da ist die Traktion komplett flöten gegangen. Nur leider war es dann auch mit Bremsen zu spät. Nur ein kleiner Kraxer. Fuck. Ja, wir müssen jetzt erst mal das mitnehmen, was wir mitnehmen können, ne? Ich muss wenigstens die Strecke kennenlernen. Das Ding fahren wir natürlich auf schwer. Ich hätte vielleicht doch die andere Karre nehmen sollen, mit der ich mich schon mal so auf der Strecke auf Asphalt warm gefahren habe. So ist denn das Ziel? Ich habe keine Ahnung mehr. Geht es ständig auf und ab. Hoch mit den Gefühlen. So, erste Runde haben wir. Ach komm. Warum kann ich denn bitte nicht bremsen? Und auch wenn ich nach rechts lenke, ist es möglich zu bremsen. Ich weiß, ich hätte vorher bremsen müssen, aber... Hä? Die andere Karre war irgendwie geiler. Gerade auf Asphalt war die echt ein bisschen zackiger unterwegs. Kann aber jetzt vielleicht auch ein Zwei-Schlupb-Bier liegen. Dass ich sonst immer Kaffee getrunken habe, was ja irgendwie dann doch die Reflexzeit ein bisschen verringert. Alter! Jetzt gibt es Stoff, du Schrottkarre. Nein, die Garre. Die Garre ist geil. Geile Garre. Fuck, ich habe keine Ahnung. Bin ich gerade vorne? Kann ich das überhaupt noch gewinnen? Was mich echt nervt, ist, wenn ich in der Kurve anbremse, dass die Karre dann gerade lenkt. Ich kann echt nicht schön in der Kurve mit der Karre bremsen. Das ging bei der anderen irgendwie besser. Aber ja, wir haben tatsächlich gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie hat es funktioniert. Also starke Leistung war das definitiv nicht. Aber wir nehmen aus der Runde auf jeden Fall eins mit. Selbstbewusstsein, denn selbst wenn wir Fehler machen, schaffen wir das. Und B, das Wichtigste, so ein bisschen Streckenführung haben wir jetzt drin. So, aber ich werde die Karre auf jeden Fall... Werde ich die reparieren? Kann ich gar nicht, oder was? Doch, Schaden reparieren. So, wie ging das nochmal? Speicherung ändern. Okay, die ist ganz. Die Karre ist ganz. Das war anscheinend nur ein bisschen Dreck. Dreck in Form von Glassplittern und Scherben. So sieht Dreck heutzutage aus. Wer hätte das gedacht? Also wenn ihr mal ein Kratzer im Auto habt, keine Sorge, das ist nur Dreck. Aber was jetzt wirklich erstaunlich ist, dass ich selbst auf dem Pro-Am-Schwierigkeitsgrad jetzt die ersten Rennen auf Anhieb gewinne. Vielleicht hätte ich mir da am Anfang des Let's Plays dann doch mehr zutrauen müssen. So, let's get ready, let's go fire! So, der wird jetzt natürlich ein bisschen besser sein, ne? So, hier kann man mal schön abkürzen. Muss man nicht so viel bremsen. Hier frühzeitig bremsen. Jawohl, seht ihr? Das ist die Lernkurve. Frühzeitig bremsen, dass man über den Huckel drüber fliegt. Und in der richtigen Sekunde dann wieder Traktion kriegt. Und jetzt das Ding hier einfach gerade runterfahren. So, wir sind relativ gleich auf. Uiuiui, da behalten wir uns beinahe überschlagen. Aber ich glaube ganz ehrlich, der Zitrönen ist ja keine A-Klasse. So, dann muss die Handbremse dann doch mal ran. Und dann sind wir, glaube ich, schon gleich auf der Zielgeraden. Ja, komm, nicht stehen bleiben. Schon Feuer geben hier. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Wo überhaupt die Ziel? Hier ist die Zielgerade. Okay. Wir setzen eine Zeit unter einer Minute. Und hopp. Da kommt er hinterher 4,7 Sekunden hinten. Aber das hat ja nicht viel zu sagen, ne? Das hat leider nicht so viel zu sagen. Das Gute ist, selbst wenn man hier so ein bisschen rausdriftet, ist das überhaupt kein Problem, weil die Karren sind ja sowieso drauf ausgelegt, dass man driftet. So. Aber das sieht natürlich irgendwie dann doch besser aus, wenn ich da irgendwie auf diesem grau-braunen Strich lang fahre. So, komm jetzt hier. Konzentrieren das Ding, nur noch nach Hause fahren. Dann, oh nein, da überholt er mich. Ärgerlich, ärgerlich. So, und ich glaube, das Ding hat er damit auch gewonnen. Nee, er hat da nochmal eine schöne Innenkurve, die er fahren muss. Oh, ich hab keine Ahnung. Das Rennen ist viel länger als gedacht. Hier ist doch das Ziel. Doch, hier ist das Ziel. Ist doch nicht länger als gedacht. 3,5 Sekunden. Okay. Setzt ein Siegerlöchel auf und bade die Menge in Champagner. Ich bade die Menge in Champagner. Euch. Also, nehmt euch jetzt ein Champagner. Wenn ihr keinen habt, dann geht nochmal in den Supermarkt nebenan und kauft euch den teuersten Sekt. Den teuersten Prosecco oder das billigste Bier. Denn das billigste Bier ist immer so gut wie der teuerste Prosecco oder Champagner. Sage ich auch immer auf Feiern. Also, mich kannst du ja auch mit Schnaps und so kannst du mich jagen, ne? Du kriegst einen Schnaps, du weißt eh nicht, wie er schmeckt. Und meistens brennt er einfach nur. Alle sagen, oh, das ist was aus der Region. Aus der Region. Ist was Hochwertiges. Alter, es ist ein 60-prozentiger Schnaps. Er brennt. Er brennt. Ich werde besoffen und kriege Sodbrennen. Das ist immer das Schlimmste, wenn ich Sodbrennen kriege. So ein Bier, das zischt dir nebenbei weg. Das schmeckt eigentlich immer gut. Selbst das schlechteste Bier hat irgendwas, ne? Kannst du einfach so wegziehen. Selbst amerikanisches Bier. Da sieht die Flasche immer schön aus. Aber es schmeckt echt nicht so gut wie deutsches. Ne. Wenn sie die deutschen Flaschen mal schön machen würden. Da ist immer irgend so ein Ritter drauf. Ich meine, wen willst du damit aus dem Keller locken? Mit einem Ritter. Ich meine mich vielleicht. Aber ansonsten fährt doch keiner mehr auf Ritter und Wappen ab. Nee. Der muss irgendwie sponsert bei eSports oder EA Cinegame oder was weiß ich. Aber ansonsten, nur weil da eine Ritterrüstung drauf ist, kauft doch jetzt keiner mehr das Bier. Das ist eben Tradition in Deutschland, ne? Jedes kleine noch so verunzelte Dorf hatte irgendwo mal eine Burg stehen und die haben Bier gebraut. Und da muss man halt so ein Wappen drauf kleistern. So ist es. So, ich glaube, wir sind relativ gleich mit dem Aufrund. Und selbst wenn wir jetzt verlieren, sind wir immer noch Zweiter. Also ich male mir das jetzt schon mal aus, falls es in die Hose gehen sollte. So, wie viele Sekunden sind wir vorne? Das ist immer das Wichtige. Das sieht doch ganz gut aus. 3,7. Das wird allerdings ein bisschen knapp. Aber das kriegen wir hin. Ah, die zweite Runde ist irgendwie immer ein bisschen kniffliger, ne? Ich meine, ich habe das Gefühl, sie ist kürzer. Aber da bin ich noch nicht so drin, ne? Gerade der Anfang. Das hätte ich auch mal Lust hier mit meinem Mazda zu fahren. Ich meine, klar, ich werde hier keine 100 Sachen lang brettern. Wahrscheinlich eher so 20. Und werde die ganze Zeit im zweiten Gang rumgerocken. Aber keine Ahnung. Das macht bestimmt fett. Meine Freundin fährt ja so einen alten SLK. Mit ordentlich PS. Mit dem hier lang PSen. Den gibt es übrigens auch bei Need for Speed. Ich meine, da gibt es auch den Mazda 3. Also von daher. Aber der hat schon ordentlich Bums unter der Haube. Das muss ich ehrlich sagen. Wenn du dem auf die Autobahn fährst und mal Stoff gibst. Ich meine, der hat jetzt nicht so die Höchstgeschwindigkeit. Weil das einfach. Ich habe das Gefühl, manchmal du sitzt direkt mit dem Blech auf dem Asphalt. Also da vibriert es da drin. Aber was das Ding für eine Kraft hat. Selbst in der Ampel. Da steht neben dir ein Porsche. So zweispurig. Und denkst dir nur. Keine gute Idee. Keine gute Idee. A, weil ich die Kupplung eh nicht so gut beherrsche. Das ist immer ein Geruckel. Aber wenn der mal richtig Stoff gibt, dann hola. Ich meine nicht den Porsche. Ich meine den SLK. Wahrscheinlich könnte der Porsche mich auch verblasen. Denn der sagt sich einfach nur. Ach komm, lass den alten Idioten. Ja, lasst mich. So Leute. Wir gehen aber hier noch direkt ins nächste Renn. Rallye auf Großbritanniens wunderschönen Strecken. Dann geht es weiter nach Felsten Bee, Butter High Bee und Crawberry Crack. Reden wir Klartext? Ja, wir reden Klartext. Und mein Klartext heißt, wir brauchen jetzt keinen Schwierigkeitsgradanstieg. Nur weil ich jetzt hier gerade mal ein bisschen das zu handeln weiß. Okay, es steht schwierig da. Es wird schwierig sein. Wir sind bereit. Gehen wir ab in das Rennen der Rennen. Oh, wartet mal Leute. Ich möchte heute mit Gunther noch ein Stündchen spielen. Deswegen. Mach ich mal die PS4 an. Denn die neigt ja dann doch immer mal dazu, wenn man gerade spielen will, dann doch nochmal ein Update durchzuziehen oder so. Das war das Geile an der PS3. Da war ein Update, das hast du runtergeladen innerhalb von 5 Minuten. Selbst wenn es ein großes war. Die Installation hat vielleicht nochmal 5 Minuten gedauert bei der PS4. Weil die immer das komplette Spiel nochmal neu installiert. So ein Kack. So. Deswegen liebe ich immer noch die PS3. So. Wir wollten aber hier... Oh, da schreibt irgendwer. Wir wollten ja hier... Genau. Das wollten wir machen. Und wir wollten die Innenansicht nehmen. Und links 6. 60 scharf links 2. Alter. Das ist halt einfach so geil. Diese Abwechslung in diesem Spiel ist der Hammer. Und diese Innensicht. Oh. Also das Spiel hat mich wirklich so auf diesen Simulationstrip gebracht. Hier die komplette Dirt-Riot zu holen. Und auch WRC. Ich liebe es. Ich bin jetzt echt Rallye-Fan. Ich habe mir auch mal so echte Crashes angeguckt. Wo natürlich nichts passiert ist. Nicht wie bei mir hier. Muss ich echt sagen. Alter Latz. Das ist schon übel. Aber was... Das ist ja wirklich... So wie das hier gezeigt wird. Das ist ja kein großer Unterschied. Ich muss zuhören, dass der labert, ey. Gott, ey. Ist das eine Holperschrecke. Ich glaube, wir haben das falsche Auto gewählt. Wir brauchen hier irgendwie dieses Buggy-Gedöns mit mehr Federung. Alter Latz. Mann, Mann, Mann. Schatz, wir sind gleich da. Das Landhaus ist nah. Ja, ja. Übersprung. Natürlich. Okay. Übersprung. Schatz, festhalten. Schnell die Kände an. Scheitel, Scheitel. Links 4. Ja, hier bin ich immer noch erst. Ich bin Erster. Wen das hier macht. Mit 3 Sekunden. Alter. Oh. Hier ist aber auch Heinz mit dem Trecker vorher nochmal durchgebrettert, oder? Oh, guckt euch das an. Kennt ihr das, wenn man so... Wenn man Ski abfährt, ne? Das mache ich extrem gerne. Immer früh morgens. Die Schneeraupe ist gerade drüber gebrettert. Und dann gab es nochmal richtig Frost. Und dann ist die extrem hart, die Strecke. Boah. Genau so schleudert zueinander rum. Ich weiß nicht, ob die Strecke hier... Wo bin ich hier? Okay, jetzt geht es hier hart rum. Alter. Das hat sich aber auch hier eine schöne Spurrinne gebildet. Alter Latz. Da brennen wir durch. Das nehmen wir mit. Alter, wir haben eine gute Zeit. 6 Sekunden vorne. Ihr spielts auf Pro-Am, Leute. Ich spinns einfach. Ich glaube, das ist einfach die Power des Bieres. Der Kaffee, der hat mich immer so ein bisschen geboostet. Und jetzt einfach mal eine Woche in kein Alkohol getrunken. Voll krass. Und dann einfach mal wieder ein Schluck Bier. Es weckt einfach ungeahnte Kräfte. Der nächste Schluck ist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Der schmale Grad des Alkohols. So ist es. Alter. Okay. Sprung, 60, Scheitel. Alles klar. Festhalten. Alter Latz. Sag doch mal Ziel. Du sollst mir das Ziel nennen. 80. 80. What? Boah. Alter, alles mitgenommen. 7,7 Sekunden vorne. Du bist auf dem ersten Platz gelandet. Hail to the best driver. Geil. Richtig geiles Rennen. Hat saumäßig Bock gemacht. Soll ich nicht was sagen, Leute? Wir setzen noch direkt eins dran. Ich habe jetzt keine Lust, dann nochmal einen Part aufzunehmen. Denn Gusha hat mir gerade geschrieben. Gerade gesagt, ey, komm her, wir zocken jetzt. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist irgendwas angezeigt. Deswegen, komm her. Eins fahren wir noch. Wenigstens eins. Vielleicht auch beide. So. Komm, komm her. Lieblingsstraße glatter Asphalt. Glatt. Ich und glatt. Bitte nicht. Okay, let's get ready. Es ist wirklich so geil, wie dreckig diese Karre einfach schon ist. Es fetzt so dermaßen. Ich meine, ich habe am Anfang des Let's Playes gesagt, alter, die Grafik ist natürlich schon hart am Limit. Aber man muss einfach mal bedenken, wie alt dieses Spiel ist. Und dass es so wegweisend war, dass viele sich einfach immer noch hieran messen müssen. Also, es ist wirklich genial gemacht. Und das, oh, also das Feeling von den Kernen hier und das Unterbodenfeeling, Unterbodenfeeling. Keine Ahnung, das ist, ihr wisst schon. Streckenfeeling. Enger Affair, warte mal. Oh, oh. Nicht mich zurücksetzen, genau. Ich habe alles gegeben. Geil, fünf Sekunden vorne. Manche würden sagen, ich hätte gecheatet. Okay, warte mal. Da müssen wir einmal ganz kurz wieder zurücksetzen, denn ehe ich mich da wieder rausmanövriert habe, das wäre wahrscheinlich in die Hose gegangen. Oh, yes, Asphalt, ich komme. Okay, rechts vier. Alter. Oh Gott, rechts drei ist übel. Das ist eine scharfe Kurve. Oh, zwei. Scharfes Ding nach links. Okay. Links sechs und lang. Jetzt heißt es Stoff geben. Jetzt. Rechts vier, dann links zwei. Also scharfe links Kurve. Zack. Genau so muss man das machen. Mit der linken Tür an den Ecken. Die Tür dabei verlieren. Damit man unnötigen Ballast los wird. Und einfach jetzt voll Tor. Genau. Er hat Tor gesagt. Ich sollte da vorfahren, oder? Ich bin der festen Überzeugung, er hat gesagt, fahr vor das Tor. Alter, ich habe die halbe Wiese hier am Schuh. So, ich bin der neue Rasenmäher. Überleg mal, du fährst mit so einem Rasenmäher hier lang. Oh, das ist aber frech. Shit, da ist irgendwas kaputt gegangen. Was ist das für ein Zeichen? Mach das Zeichen weg, du. Ich habe das Gefühl, das hat irgendwas mit der Schaltung zu tun. Naja, er drischt da weiter drauf. Ui. So. Okay. Gleich haben wir ein Dreiviertel geschafft. Die Karre muss jetzt einfach... Ja, das ist echt eine Schikane. Ach, komm. Da haben sie mir... Das ist echt eine Schikane hier. Boah, ich sehe ja gar nichts mehr. Wir sind noch erster. Wir sind noch erster. Die Karre zieht nach rechts. Links... Was ist die Schikane? Boah, ich kann kaum noch was hier rausglotzen. Jawohl. Erstmal wieder schön durch... Durch die Büsche. Okay, komm. Das Ding geht jetzt nur noch nach Hause fahren. Wenn ich hier den ersten Platz mache, dann fahre ich auch mit dieser Schredderkarre hier noch die letzte Strecke. Das kriegen wir dann auch noch hin. Aber jetzt müssen wir das Ding einfach gewinnen. Wir müssen das jetzt einfach... Handy. Hör jetzt auf, mich zu nerven. Jetzt habe ich es auch noch auf laut gestellt. Warum habe ich das? Sonst mache ich es immer leise. Oh Gott. Das müssen wir schaffen. Was ist das? Oh. 200 Ziel. 200 Ziel. Komm, 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 komm. Gib Stoff. Jawohl. Fördergang. Und da ist das Ziel. Wir sind drin. Wir sind einfach nur fucking normal. Auf dem ersten Platz. Wir konnten noch eine halbe Sekunde rausfahren. Wir sind auf dem ersten Platz gelandet. Was für ein Rennen. Was für ein Rennen, ey, Leute. Das sage ich euch. Boah. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, meine Karre zu reparieren, oder? Doch. Sehr gut. Ich darf die Karre nochmal reparieren, weil ganz ehrlich, mit der Karre anstatt gehen, das... Ne. So, Schweden müssen repariert werden. Ähm, was ist denn das Schlimmste? Fahrzeugwäsche. Nein. Äh, äh, äh. Das Getriebe. Ist Zustand 1%. Muss repariert werden. Muss repariert werden. Antriebswelle. Kühlsystem. Turbo. Um ehrlich zu sein, muss ich die Karosserie reparieren, weil ich ja nichts mehr sehe. Deswegen, die muss repariert werden. Restminuten. 15. Wir haben noch 15 Minuten. Wir könnten das Kühlsystem in 15 Minuten reparieren. Oder die Räder. Wir machen die Räder und machen den Turbo. Und dann sagen wir mal, so wollen wir es behalten. Das war, denke ich, gut. So. So, so schnell muss das gehen. Weißt du, der Fahrer, der darf einfach mal jetzt... Wie viel Zeit hat man? 30 Minuten? 30 Minuten Zeit. Der darf einmal ganz kurz seine Kluft auswerfen. Darf sich ganz kurz duschen gehen. Einmal kacken. Dann kriegt der frische Sachen. Und die Mechatroniker, was müssen die? In 30 Minuten hauen dir da einfach mal ein fast neues Auto hin. Und hätte ich es waschen lassen? 15 Minuten? Wo ist denn da bitte die Relation? 15 Minuten Autowaschen? Also. Das kriege ich aber hier an der Aral-Tankstelle. Kriegt es schneller hin. Was nicht gut ist. So, geil. Die haben mir sogar die dreckigen Teile wieder dran gebaut. Das ist meine Serviceleistung. Kein Wunder, dass es so lange gedauert hat. Ah. Das musste doch erstmal sein. Jetzt sehen wir auch endlich mal wieder klar, wie das hier ist. Die Scheibe war so dreckig. Manchmal ist es dann besser, einfach die Scheibe, die dreckigen Sachen abzustreifen. Vielleicht sollte ich einfach mal auf der Strecke fahren, oder? Und nicht immer durchs Gebüsch. Dann uneben. Alles klar, dann uneben. Dann uneben. Wenn er mir das noch einmal sagt, es ist alles uneben hier. Ist der schon mal auf einer Ebenenstraße gefahren? Und rechts vier lang. So. Meistens ist ja die dritte Strecke, die erste Strecke, nur wieder rückwärts. Aber ich kann da jetzt noch keine große Ähnlichkeit erkennen. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich jetzt zum ersten Mal was sehe, was ich überhaupt mache. Boah. Das mag ich eigentlich relativ gerne hier. Zehnter. Scheiß, die Wurst. Zehnter Platz. Das ist ja richtig übel. Also mindestens so auf dem Podest muss man schon sitzen. So. Frei. Rechts zwei. Das ist eine harte Nummer. Rechts einmal rum anbremsen. So. Alter. Überscheitel ist auch eine üble Sache, ne? Da kannst du auch eine Viererkurve nehmen. Wenn du da drüber bretterst, dann sagt dir auch erstmal der Specht am Baum wieder. Guten Tag. So. Feuer. Oh, den meinte er. Oh, links zwei ist eine harte Nummer. Anbremsen und rum die Bude. So. Den Faden. Den Faden im Motor. Und wie sieht's aus? Elfter Platz. Geil. Ich werde immer schlechter. Habe mir das Gefühl, ich wäre besser geworden, aber der Schein trügt. So. Wir müssen jetzt einfach alles geben, was nur geht. Wir müssen jetzt hier nach rechts auf jeden Fall. Oh Gott. Ich will doch nur mal blinzeln. Lasst mich doch mal bitte blinzeln. Oh. Das meint er mit Schaf. Alter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gerade durchgekommen bin. Ich habe gerade voll gepennt. Sekundenschlaf. Aber was für ein Ding. Krasse Möhre. So. Wo ist das Ziel? Komm, gib mir eine Zeit. Wow. Ich bin jetzt schon wieder so mega kacke. Neunter. Wir konnten ein bisschen Plätze gut machen. Ist natürlich immer noch schlecht. Also jetzt muss ich besser werden. Wo ist denn die blöde Strecke jetzt? Fahrt ein Stückchen nach rechts. Oh, Tor. Jawohl, ja. Aber sie fährt noch. Sie kann noch. Da geht noch was. Wer stellt denn die Bordsteinkante da so hoch hin? Jetzt fahrt er durch. Oh nein. Die Austin Power Aktion. Voll verhakt. So, jetzt muss ich mal die Sicht nehmen. Sind sicher gar nichts mehr. Hm. So viel schöne Leistung. Und dann das letzte Rennen. So beschissen. Alter, die Karre zieht volle Möhre nach links. 150 links 2. Ja, hier am Friedhof vorbei, ne? So ist das. 150. Die Wahrscheinlichkeit auf einem freien Feld mit einer Straße. Das einzige Straßenschild mitzunehmen ist sehr gering. Doch ich habe es geschafft. Ich habe es wirklich noch geschafft. Du kannst dich immer noch verbessern. Ja. Denn vor Schlechtern geht ja nicht. Du bist ja letzter. Geil. Wir sind insgesamt Zehnter geworden, oder was? Zweimal Erster, doch einmal Letzter. Okay, Leute. Das war natürlich echt eine ziemliche Blamage jetzt gegen Ende. Du tust dich etwas schwer. Versuch's doch mit einem anderen Level. Du Arsch. Ich wollte auf Wolke 7 schweben. Und jetzt schwebe ich auf Wolke 10. Null Punkte. Ja, Leute. Das ist natürlich sehr traurig. Das heißt, da müssen wir nochmal ansetzen. Dann werden wir den Schwierigkeitsgrad mal wieder etwas absacken lassen. Auf Amateur. Aber das ist das nächste Mal. Dann wieder zurück zu Call in the Grey Dirt. Bis dann.